Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Pack von Let's Play Pokémon X Die! Mit mir Baxfanny LP und mir Blut Naja, ohne das Let's Play Boah Wir machen jetzt hier voll Story weiter, wir machen Blinko Ja Wähle eine Karte aus Wir machen Blinko Oh, wir haben viele Pflanzen Okay, auswählen Ja Also, wir könnten Pflanzen Wir könnten Pflanzen Boden Mit Boden Gift Mit dem Gift das andere Pflanzen So Also, die Reihe willst du anfangen? Ja Also, wir nehmen hier erstmal ein Pflanzen Pokémon Und was willst du da machen? Hier das Boden Pokémon Kann mir natürlich nicht Und wir müssen, glaube ich, dann eins was in der Nähe ausstellen Ja Und die obere Reihe Oder wir fangen uns das Boden Pokémon mit dem Gift Pokémon Ja, aber wir müssen ja mit unseren Midorino ja erstmal das Ja, wir müssen ja fangen ja, das war ja Meister Ja Das heißt, wir brauchen sowas auf dem Boden Und hoffen wir immer, dass das ja gut ist Deswegen hätte ich erst Pflanzen Was ist das? Ehm Oh, das ist nicht so schlecht Oh, das ist nicht so schlecht Come on, Apte Helping hat mir das ein bisschen besser sein Wir werden die Matchbender Meisterberg Was ist weiblich? Nennen wir es Geo-Tine. Also wie die Antacke? Nein, nur mit Geo. Ah, mit Geo-Tine. Neeeey, Wundermann! Einen Giftpoken brauchen wir nicht, haben wir ja schon. Jetzt guck erstmal, ob wir andere, nähere Felder nehmen, weitere Felder. Nö. Okay, dann machen wir das Giftpoken mit dem Geo-Ratz. Fällig. Nee, du kannst das nicht gesteinert haben. Das verrät echt scheiße. Oh mein Gott, ein Wettbewerb? Ja, aber wir haben echt gut. Yes! Oh mein Gott! Damage. Wow, natürlich gut verdäftet. Nee, egal. 1-Hit-Gut-Less. 1-Hit-Gut-Less. Da ist die Schlange tot. Wow. Yeah. Wuhu. Ja, irgendwas bist du hier aufgeraucht. Ah, ich bin sehr schlecht bei meinem Teamstater. Ich hoffe einfach, dass das nächste besser ist. Ja. Kann nur besser. Stimmt auch wieder. Gekka-Bow ist schon besser. Einfach weil es schnell und schag ist. Wir wollen nicht zählen, wir wollen One-Hicken! Und Punch! Ich nehm's zurück. Es gibt so viele Pokémon, die man bauen kann. Oh Scheiße. Ich weiß es nicht. Lass uns erst mal versuchen, was passiert. Ich hoffe, wir killen. Wir sind so ein Kerl. Kein Kraft. Ja. Ich wäre jetzt echt frustriert, wenn das kein Kill geworden wäre. Haben wir schon mal das schlechteste Pflanzen-Pokémon weg. Eine Reihe, krieg ich jetzt irgendwas? Bingo, Reihe, ein Bonus, was sonst. Warte. Jetzt müssen wir euch auch ein Fragezeichen geben. Das ist eigentlich egal. Soll ich mir das trotzdem machen hier dringend? Ja. Alles okay. Ja, jetzt haben wir verkackt. Wow. Egal, wir versuchen es nochmal. Ich glaube, das erste haben wir schon verkackt, oder? Ja, das erste haben wir auch schon verkackt. Soll, dann sollten wir erst mal das erste machen. Okay. Gut. Na klar. Ich würde gerne eine Reihe sehen, wo das Fragezeichen da ist. Wer macht das die ganz gut heraus? Weil wenn wir damit was Gutes erwischen, können wir da das Pflanzen-Pokémon holen. Ja. Wer macht das denn? Ich fange damit nicht damit. Ja. Wow, wir dürfen drei Graden einfach in Tag und Jahr zu einmal nutzen. Ja. Ja. Das ist gut. Dann können wir gucken, das geht einfach. Wir brauchen sowieso wahrscheinlich am meisten. Ja. Ja. Äh. Ja. Nein, das ist Pflanzen-Pokémon. Kommt sogar. Ha! Rosi, was machst du denn hier? Kommt drauf an. Oh. Ja. Wir hatten den Wasserpokémon gefangen. Wenn's gut ist. Ist sogar weiblich. Rosi, was machst du hier? Hm. Wie? Rosi wurde instant gefangen. Hallo, Rosi. Ist besser, als man ist dabei. Ja. Also ist das ein Fake. Ja. Na? So. Hm. Was? Hm. 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 Ja. Wir können noch weiter. Wir müssen noch weiter. Stimmt. Ich glaube, die ist natürlich die beste Starter, die man haben kann. Ja. Ja. Wir würden ja zu den besten dreien oder was zu setzen, aber... Ja. Ab bis zum 5. war es sogar das beste Starter. Ja. Und dann kam... Fan Access. Ich weiß nicht, Fan Access hat ja glaub ich auch bessere Werte, weil's so'n hohe Inlet hat und hohe Andresswerte. Äh, jetzt müssen wir... Warte, 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 machen wir jetzt das Bingo vor oder gehen wir auf den freien Zeichen? Ja. Ich glaub wir machen das Bingo erst mal vor. Ja. Ja. Ja, ihr könnt auch kennen. Ja. Ich hab grad mal überlegen was für einen Attack hatten wir gerade. Das ist aber relativ schnell. Warum sie jetzt zu surfern? Du kannst uns sowieso nicht spielen. Der hat keine Ahnung gemacht. Ich hab' den. Ja. Und warum ist das schneller als wir? Und warum ist das jetzt... Woher hab ich mein Ruhig meine Brille auch. Woher hab ich meine Brille auch. Warte, warte, warte. Dann hast du mir so keinen Dialog zum vorlesen. Boah. Boah. Pst. Geboot. Einfach Geboot. Okay, dann mal einblicken. Äh, ja, wo sieht irgendwie das? Äh, jetzt. Ja, das Ding ist auch schon sicher. Ein Meister, das ist toll. Geh ich ins Toiler mit dir? Es sei direkt ein Goose vorgucken, dann können wir das. Ja. Ja, können wir das fangen. Da kann ich leben. Warum stehst du auf dein Schweif? Hehehe, steht auf seinem Schweif. Aber das Ding kann Flombo. Das weiß ich. Können alle wiederholen. Nee, ich hab so eins mal gehabt, was nur mega sauber konnte. Hm. Ah, dann machen wir das jetzt zu Ende mit. Warte, 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 warte. Wir müssen jetzt erstmal überlegen. Äh, wir haben... Wir haben jetzt schon zwei Flocks gehabt. Das heißt, ich könnte mit Glumander das nächste fangen. Und wenn ich es nicht fängst, dann ist das kein Problem. Weil wir brauchen Rose noch. Die Sache ist, ich bekomme dann einen Bingo und kann es wieder Rose geben. Ja, stimmt. Die Frage ist, hast du noch ein Steiner? Dann würde ich eigentlich hier rein gehen. Ich brauche hier einmal Glumander und hier eigentlich danach irgendwen. Und dann das Wasserpokon, was wir jetzt gleich fangen werden. Ich fange das Wasserpokon um. Wir wissen, wie Glumander. Ja, Glumander, Glumander macht das Pflanzenpokon. Ja, ja. Ja, ja, das ist so. Ich brauche mein Leben. Ich fühle mich ja nicht stärker, aber es ist so geil. Wir müssen einfach hoffen, dass du eine gute Pasta attacke hast. Wenn du Judo-Pump hast, geben wir schon irgendwelche. Das ist ja auch verreichend. Ja. Ja. Das wäre fast toll. So. Okay, dann haben wir wieder ein Bingo. Jetzt können wir wieder was verteilen. Bingo, oder? Ich würde sogar... Blumen oder wir... Es darf ja nicht closed heißen Elon. ....Ja das muss schön tun wie ihr Platt nemm анister. Ah, so lieben wir hier rein? Nein, Blumen. Hey, Lebeses hier! So als ob wir im Kern zsei sind. Nur das Stil der Rival ist hinter das Bupil aber rausgekommen. Ich weiß nicht wieso, aber ich hab hier so sehr im Sock bekommen auf die Kanto-Standte. Ich hätte hier so gern mitgenommen zum Durchspielen. Man kann es ja immer in der ersten Schild und in der 6. Schild nehmen. Okay. So, dann würde ich sagen... Warte. Ich würde sogar jetzt mit Quapsel des Feuer machen. Erstmal können wir mit dem Fragezeichen Teil direkt das Bingo füllen, direkt. Pudding! Ja, da bin ich mit dem Wanderer. Ja. Surfer, ich bin glücklich. Ne, ich bin glücklich. Warum kein Fiederwasser? Nur weil es in dieser Generation noch kein Fiederwasser hat. Gut, geiler Antakten gab es erst ab der 4. Schild möglich. Ich hab das Gefühl, bei Bingo muss man einfach Glück haben, dass du direkt das Plus 2 BE bekommst. Warte, warte, warte. Wir haben 2 Wasser, wir haben 2 Pfeil, wir haben 2 Pflanze. Also es ist scheißegal. Warte, wir können doppelt... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir könnten direkt ein doppelt Bingo machen. Ne, Wachsel ist unnötig. Warum? Weil dann machen wir das Wasser und Pflanzenfeld. Und bekommen dann wieder ein Bingo. Das Wasser und Pflanzenfeld, ja. Das ist ganz rechts. Ach das. Also wiederum hätten wir auch das Pflanze und Feuer. Wir haben ein B plus. Ähm, ja. Und ein Bingo. Das heißt wir haben 2 gleich. Ich weiß nicht. Ähm. Also wir brauchen dich vielleicht definitiv. Und wenn ich das gemacht habe, könnten wir direkt Feuer und Pflanzen machen. Ich würde ja jetzt sagen, wir machen einfach mit Domanda beide Pflanzenfelder. Ich stelle ja gerade jetzt an. Ja, weil wenn wir jetzt beide Pflanzenfelder machen, können wir mit Quapsel dann das Feuerfeld machen. Dann haben wir ein Bingo wieder zusammen. Hei geht abo. Na mann. Warum sind unsere Rümer eigentlich nicht weiterentwickelt? Was ist denn der bedeutet? Wow. Das war fast lustig. Also wir haben ja gerade schon ein Bingo. Das ist so ein bisschen okay. Wer mit Agonier. Das finde ich okay. Nur weil es Mutanfall kann. Er tut mir aber nicht mal frei, ey. Dann haben wir noch mal das erste Pflanzenfeld. Ja. Die Reality wird schön. Ich frag mich, wie wir dich in Colosseum haben. Ich hab's das auch so mal gemacht. Ich bin bereit, ich weiß nur, was ich so glatt kann. Du hast beim Reflekt und Lichtschritt. Ja, aber du wirst bei Colosseum eigentlich durchraschen. Das ist ein Durchspiel. Ja, natürlich. Geht's machen. Sooo... Ja, dann machen wir das Ding, oder? Dann kommen wir mit Kopfschluss an, oder? Vorher bringen wir immer wieder. Hi, Kalimani. Du bist das Problem. Ich hab's erst entwickelt und kein Schalter. Was hätte man wieder mal machen können? Zweite Generation war cool. Ich glaub, dass ich immer Wissen unterscheidet kann, wenn ich sich entwickel. Aber es sollte eigentlich wirklich sein, weil irgendwie... Du sollst ja mit jedem dieselbe Chance haben. Nein. Finde ich schlau. Nein. Nein. Ich fühlte es so einfach. Ich bin doch besser. So, ich mach so... Wir brauchen... Quaps ist immer dran. Ja. Der Quaps macht einfach zwei Minus noch. Machen wir alles. Dann haben wir wieder ein Bingo. Dann geben wir Rosias. Einen... ...Frosi. Aber ich find's blöd, dass sie das Feuer nicht dauerhaft gemacht haben. Ich weiß nicht. Mit Feuer sieht's besser aus. Nur im Kampf. Es ist on fire. really. Was Weird vid's kommt an Feier ist mit dem Hose gang. Feuerzeug ist Cap Strift gegangen. Und... Wo sie... Damit sind wir eigentlich jetzt schon fertig mit dem Ding. Wir auch. Wenn jetzt nicht gerade da ein... Oh mein Gott, das hat sicher Eis schweiz drauf. Ja, wird nicht gerade da schocken. Weil die Pokémon immer nur Step an Takten haben, hat das ein bisschen... Ampelläuchter aus der ersten Jedi 4 Flasche vertiebt. Oh... Oh, schau mal vor, wir mussten die wir zwangsweise nehmen. Das hätte lange dauern können. Uh, irgendwie, wer hält zumindest einen... Guck mal, wir kriegen mehr Bs. Komm, du, Chris, noch mal eins. Mann, da... Ja, du, Mann, der darf auch wieder. Oh, jetzt machen wir... Nein, nein, nicht vorher gegen vorher. Da sprich... Wir hätten einfach jetzt mit Dragonio noch ein bisschen das Letzte. Das ist sogar das Gäste ohne... Und wird ohne zu feststarten. Hast du deine versteckte Fähigkeit? Nein. I am on templates. Spiel der. Das Tolle ist, Bob's und das Arsch ne? Ich glaub den Flammu Fettchen haben wir auch überledet. Und jetzt haben wir die erste Bingo-Karte und wir haben gerade mal die... 16 Minuten. Geht, geht. Wir haben 200 Kropons gekauft. Hi. Juhu. Hi. Herzlich willkommen und streich in die Karte. Ein Moment bitte. Du hast einen 10-Bingo-Reihe gespielt. Wir rechnen dir die Verblende E und Meisterblende hinzu, wenn vorhanden. Du hast 250 Bingo-Kopons. Oh mein Gott, bist du los. Was können wir uns eigentlich mit den Kropons kaufen? Äh, Eta. Okay. Flammen, wo Feuerstumme ist. Und so diese Attacken. Oh, okay. Start. Ne, Munze! Start up and take my mind. Guck mal, die sind Stähnchen. Was schlimmer ist, ich habe das Gefühl, hier sind wesentlich mehr Karten. Ob wir die wirklich alle im letzten Fall schaffen. Äh, ja, dann machen wir das. Oh, das ist jetzt echt schwierig. Äh, machen wir die untere Reihe mit dem Falle zeichnen, oder? Boden fangen. Gift bekommen. Einsetzen. Dann haben wir den Boden gemacht. Alles übergeben. Das blöde ist diese Doppel... Warte mal, warte mal, warte mal. Hier ist gut. Pflanze fangen. Bekommen. Boden fangen. Also wir nehmen hier Nidorino. Da wieder Nidorino. Da Pflanze, Pflanze. Bekommen eins. Geben das für Nidorino. Müssen wir hoffen, dass wir's gutes haben. Ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Dann lass mal übergeben. Nein. Nee, fang mit dem Boden an. Mit dem Boden hier. Ja. Ähm, das Fang. Fragenzeichen. Boden, Boden. Gegen das Gift. Nochmal das Fragezeichen. Warte, machen wir überhaupt das? Ja. Hier, eins. Nidorino. Danach nochmal Nidorino. Boden, Boden weg. Ja, aber wir kriegen mindestens ein Meister bei. Noch. Ich wär eher für die Reilen. Sieht eher einladender aus. Dann mach die Reilen. Bitte sein. Gutes Pflanzenpokon. So, ähm, sowas wie, ähm, Zermurzeln. Das ist fast, fast in Ordnung. Äh, wir sind jetzt wohl nicht zu fangen. Ja. Die Bingo Kart war nicht so gut. Voll der Schummler, der wollte uns nicht gute Pokonieren. Ja. 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 Wenn du Pugel sagst, tanzt weinig. Ja. 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 Warte. Doch, mach, mach Nidorah. Immer dem. Samurzeln, Samurzeln. Oder wir fangen hier in der Reihe einen Boden. Pokémon gehen dann nach oben. Zum nächsten. Ja. Ja. Könnte auch so machen. Wir nehmen die zwei für Samurzeln. Dann machen wir dann die Boden Pokémon. Also weh, nicht die jetzt, aber wir geben die beiden jetzt Nidorino. Dann machen wir die Boden Pokémon mit Samurzel. Machen das erste Pflanzen Pokémon mit Nidorino. Ja. Das andere Pokémon mit Samurzel, weil wir von der Reihe in eins gekommen, dann haben wir wieder da eins. Da müssen wir nur glücklich werden. Ja, du mal von Nidorino. Das ist toll. Vor allem, glaube ich, für die Nidorino mehr als Samurzel. Ja. Nicht böse kommen. Na? Und wenn's mit Spohnpunkten sind, dann fahren wir die neuen Noah dort Ah, das ist doch schon mal etwas. Das solltest du hinbekommen, wenn du es reiben. Ja, vollgefallen. Vielleicht kann es ja nur an diesem Stelle, wäre schon so ok. In diesem Stelle wäre es mit Erdbeben. Ich glaub, dass du so wirst. Jede scheiß Bodenbocken kann Erdbeben. Außer End, hey. Ist aber kein Bund. Ich weiß. Volle Kackbuben wünschen. Ja, schön. Und dann denke ich nicht. Aus diesem Grund darf ich nicht. Ich weiß es nicht, warum. Aber wir sind voll, er hat gar keine Chance gemacht. Okay. Wir könnten uns ja eigentlich ein besseres Pflanzen-Pokémon fangen, da wir eh alle drei Typen schon haben. Und die anderen beiden sind Wurte-Pokémon. Ja, aber wir können auch nicht. Ich würde erstmal auf Samurzel. Ich würde sogar darauf verzichten, weil ich würde in die Gift-Reihe gehen. Weil da ist das Fragezeichen. Ja, aber... Ne, wir könnten dann die andere Reihe auch gehen und da finden wir erst noch ein Wohnbuch in der Zwischen. Ja, aber was ich mir denke ist, wir gehen in die Gift-Reihe. Und dann können wir uns eine andere Pflanze machen. Na komm, halt. Dann würde ich da lieber reden. Ja. Dann darf das die Fragezeichen-Teile machen. Auf zur Gift-Reihe. Geowats. Geowats. So. Ha, wer ist denn? Das ist das Unverwehre. Das ist Morgon. 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 Ich glaube aber nicht, dass die das so gemacht haben. Ich glaube aber nicht, dass die das so gemacht haben. Ja, wir müssen uns besiegen. Da kannst du denn nur flüchten. Mh. Wäre aber voll asozial. Mh. Nidorino! Ein Meisterball. Perfekt. Geowats darf jetzt nur ein Morgon machen. Oh, wie gibt es? Das hat echt Untermarkt zu erreichen. Ich würde mit beiden Wunden ablassen. So... Äh, ja... Dead Damage, das ist Dead Damage bis hin. Dead, baby! Come on, jetzt erst, weh! Ah, I'm repeating! Es ist tot! Äh, dann kriegen wir einen noch. Das könnte ich sogar direkt auf Geowatz geben. Ja, weil Geowatz macht uns gut. Warte, warte, warte. Aber wir könnten das Pflanzen-Pokémon fangen. Wir könnten... Geowatz und dann mit Midorino rein. Gut, aber wiederum das Pflanzen-Pokémon. Oh, scheiße. Oder wir könnten direkt da rein. Jawohl, du kannst das Pflanzen-Pokémon nehmen, gucken, was es ist, es töten. Wenn nicht, gehen wir beim anderen Pflanzen-Pokémon. Weil sonst können wir das auch so machen, dass wir das Pflanzen-Pokémon nehmen und dann nach oben gehen einfach und gucken, welche Pflanzen-Pokémon wir dort bekommen haben. Ach, Geowatz! Du überlebst das sicher eine Pflanzen-Attacke. Geck-Abo. Das ist schnell. Und dann will ich nicht fallen. Ich glaub, Geck-Abo ist das Beste, was wir bekommen können, jetzt spontan gesagt. Aber wiederum da war ein Geowatz-Pokémon. Aber wiederum da war ein Geowatz-Pokémon. Wie geht das? Wir könnten einen Divi noch bekommen. Oh mein Gott. Oder ein Sonnen-Kern. Ich hab nur zwei Argumente gebraucht. Spannend. Ja, da finde ich Gag aber doch eine sehr gute Fahrt. Und ich würd sogar jetzt nach oben gehen. Okay. Weil dann können wir das Gift machen und kriegen können wir den Durchbruch dafür. Oh nix wird noch. 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 Die Leute von allen Punkten die Robustheit haben. Ab bis sie in die Schloss gewohnt ist. Nein, das Gift hat Robustheit. Ich weiß, das hätt ich mich so leiputzt. So. Geowatz. Mach die mal weg. Mach das sonst weg. Was siehste? Ich weiß nicht. Die Lieder war besser gewesen. Aber einfach nicht. Ah, keine Liederbühne. Ja, also. Ja, du würdest es auch nicht bringen. Ich hab ja auch keine Weitere entwicklung. Was? Ja, wir sind für diese Verteidigung. Oh, gut, deswegen. Ah, was ist denn? Was ist denn? Was ist die Gasse? Was ist die Gasse? Was ist die Gasse? Also wir sind doch glücklich mitgegangen. Na ja, das stimmt. Da haben wir noch angehen. Noch n Argument dafür, wie wir es ein Gag haben. Was ist die Gasse? So, und dann haben wir noch mal ein Bingo. Was können wir es am Wurzel geben? Pfff. Oder wir können es sein lassen. Doch, wir könnten es am Wurzel geben und das dann nutzen, um das Freizeitenblock zu machen. Und dann haben wir noch ein paar Giftpuppen. 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 Aber das ist leider bei Bingo eben auch. Oh, scheiß. Oh, kack. Wir können ja in diesem Part die ersten vier machen eigentlich. Äh, wir haben schon 120 Minuten. Sick, aber. Ja. Na gut, weil du es willst. Na gut, weil du es willst. Ja komm, das ist ein Fragezeichen. Jetzt noch wir landen. Ja. Hehehe. Jetzt kriegst du Nidorino. Ja. Nidorino braucht da ungefähr die zwei. Alter. Deswegen. Vorteil ist, wir können an Gift und Boden vorbei noch. So, Nidorino machen wir erstmal das. Ach Nidorino. Guck mal. Da haben wir noch mal ein schlechtes Wann zurück. Bis jetzt hätten wir keinen Gewinn gemacht. Das hätte mir jetzt nicht gewonnen. Jetzt meistert. Hä? Hä? Mit einer Gieber aus der Fülle. Ja. Ein Spur. So richtig. Aber wir gar nicht an mir. Ja, das gibt's noch nie. Das wird doch schon nicht mehr geben. Da war klar. Reden. Nein. Nein. Guck mal. Du hättest beide auf einmal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Alle Argumente, was dafür hat sich gekauft. Guck mal. Man sagt dir immer das Beste kommt zum Schluss. Nicht wirklich. Ich wüsste jetzt auch spontan keine Luft, keine Luft. Wann in der ersten Base wirklich gut ist, aus dem Geil wohl. Guck mal. 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 Agap 24 Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ester unexpectedly, wird Z chance seriefe ausbrechen Queens oder gegen W arCC Wir hätten uns doch das Son-Cat noch mal gemacht. Hier ist ein One-Shot, der muss uns auch mal sehen. Er hat sich nicht so viel zu kurz für die Sachen gemacht. Mit drei Feldern. Mit drei. Ja, Ruhe und Frieden. Lipp in Peppermoden. Lipp in Peppermoden. Ripp steht für Ripp in Peppermoden. Nein, steht für Rippchen. Das ist ein Rippchen. Ist egal, wem es geben. So, hier, hier! Auch noch unser Starter. Darf auch noch leben. Lebe, lebe! Das war schon gut. Ein Moment auf dem Starter-App. Du darfst auch versuchen. Ich glaube, wir hätten den so lang verloren, oder? Nee, ich glaube nicht, dass sie nicht so schlecht ist als ein Schlupo. Aber Schlupo, das sehen sie dir. Fangen wir an zu. Siehste, wir sind einfach ein bisschen Erdbeam fast getakt. Ganz knapp. Er hätte es ein Kp mehr. Genau, 86. Max, der Wunschwert. Oh, voll die Gereide, wow. Oh mein Gott, geschah! So, willst du wirklich noch eine Karte machen? Komm, komm. Dann machen wir die letzte Karte auch noch. Coupon. 25. Zwei Eter. Wuhu! Schlimmer als vor der letzten habe ich alles. Oh, das ist mitbeholter Elias. Ich habe es gewusst. Deshalb habe ich mich bewegt. Ja. Nicht irgendwie, weil das A nicht funktioniert hat. Nee, nee, nee. Kann. Vor der habe ich Angst, die habe ich nicht geschafft. Das schaffen wir zusammen. Wow. Wow. Oh. Die Frage ist, ich würde gerne ein bisschen aus dem Toots auf eine andere Karte. Obwohl es ja eigentlich egal wäre. Zumindest wenn wir gegen Boden oder so machen, ist mir wirklich egal. Geht gut auswählen, kann ich ja schon so etwas erstellen. Das ist jetzt die Vierrad-Typen-Karte. Bodenelektro, Bodenelektro. Wir brauchen... Ja, wir brauchen sowieso von allem irgendwas. Ähm. Problem ist, wir können noch ein Fahrzeug möglich starten. Doch. Wir können direkt nicht starten. Was ich mich frage, ist, wenn wir hier ein 2.de bekommen. Haben wir Glück, weil dann können wir da das Elektro-Pokamon fangen. Wenn dir vielleicht ein gutes Flug-Pokamon ist, dann ja. Wenn nicht, dann nicht. Dann könnten wir hier hingehen. Wahrscheinlich noch irgendwas abholen. Das Boden-Pokamon fangen. Und damit dann das noch. Also das ist auch das den Flug-Pokamon fangen. Was uns... Wir müssen über die Flüge kaufen. Warte, du, den Wetter überlegen. Was ist, wenn wir... das Flug-Pokémon fallen. Einen runter. Runter! Das war auf jeden Fall sicher runter. Das Flug-Pokémon fallen. Mit dem Flug-Pokémon dann das Fernseh-Pokémon fallen. Daneben. Obwohl, wir können auch noch... Ne, nach unten können wir nicht. Wir müssen das Fernseh-Pokémon fallen. Dann das... Problem ist, wir haben Boden, Flug und Elektro, die wir fangen sollen. Weil wir haben einen Pflanzen-Pokémon. Stimmt. Dann würde ich anfangen. Wir könnten natürlich... Ähm... Ich wäre ja schon fast gewinnig, dass es gut ist. Aber wenn hier ein gutes Elektro-Pokémon ist, das muss ja noch schneller und stark sein. Das ist nicht schwer, das zu erreichen. Dann fangen wir das. Wir haben drei BE. Wir machen damit, mit einem Elektro-Pokémon kalt. Dann kann einer hier noch hin. Dann muss es... Dann haben wir... Äh... Noch nur Turzen. Dann müssen wir aber darauf hoffen, dass das Boden-Pokémon noch gut ist. Ne, wenn das scheiße ist, kann nur Turzen. Das ist bestimmt... Und dann haben wir... Äh, noch genug, weil... Und da halt... Weil hier irgendwo muss irgendwo ein BE sein. Ja, das kriegen wir. Hinweis dabei. Das ist nicht schlimm. Ist ungefähr das gleiche. Ne, dann müssen wir aber... ...das Flug-Pokémon auf jeden Fall fangen. Man, wirklich, das ist starr. Wir müssen es fangen. Wir sind nicht viel von schlecht gegen den Boden. Wir setzen es nicht in den Boden ein. Waaaaat? Das tolle, das ist noch besser als die Flug-Pokémon. Ja, das stimmt, weil es einfach... ...drefffünf-Vier-Vorpus ist. Okay, jetzt müssen wir... ...drefffangen. Müssten wir eigentlich nicht. Weil da wird ein BE oder... ...zwei BE drin sein. Stimmt. ...drefffangen wir uns um. Ja, dann... ...fangen wir uns um. Gucken wir erstmal, was es ist. Das hat kein Doppel-Typ. Doppel-Typ, normal. Warum? 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 Frage ist, was kommt hier nach? Fangen dann so Schwalbini-Dinger? Ja, denn hier war Magnetil. Komm, fangen wir uns einfach. Komm. Fangen wir uns an. Welche Base-Initiativ war das Ding? Ich war keiner sehr wohl, aber das sollten die Pflanzen... Warte mal, es muss nur Pflanzen-Pokémon gesegnet. Wirst du ja wohl hin kriegen. Hm? Warte mal, haben wir noch mal jetzt? Funken-Spiel. Du Sub-Spiel. Hm? Ja, hau... Wenn du Schnabel hast, haben wir kackt. Dann hau raus. Das hat Averro aus, sicher. Das ist die Pflanzen-Spiel. Ich weiß nicht mal, ob es Schnabel lernen kann. Und nur weil es Schnabel hat, heißt das nicht, dass es Schnabel lernen kann. So... Warte, wir müssen jetzt überlegen. Das Elektro-Pokémon muss das Boden-Pokémon machen. Äh, lass doch jetzt das Boden-Pokémon fangen. Mhm. Und damit das Elektro-Pokémon fangen. Okay, dann haben wir ja... Dann haben wir ja... Dann haben wir alle Fragezeichen-Blöcke noch zur Auswahl. Und dann haben wir noch ein GE durch. Okay. Kein Problem. Ja, aber wir müssen jetzt mit... Mit dem Flug-Pokémon drauf. Warte. Schön, wo was überlebt ist. Ja, du musst. Wow. Gut, dass wir skillen. nicht auf dich angewiesen sind. Ja, es verliert seinen Fokus. Töte es. Töte es. Da ist ein Power-Punch drauf. Da ist ein fucking Power-Punch drauf. Na, nicht nur eine Boden-Altalke. Mach's weg, bevor es Eier legt. Ha, ha, ha. Na, verstärkt dein Fokus. Gut, dass wir nicht auf dich angewiesen sind. Ja. So, jetzt müssen wir überlegen. Kommen wir irgendwie von unserer Position gleich an einen Boden-Pokémon? Ja, an zwei. Okay, dann würde ich sogar sagen, wir gucken erst mal bei beiden nach. Ja, hm. Ähm, mach mal. Das ist eigentlich egal. Ich glaube aber, dass die Pokémon jetzt Kampfantaten, die das anwenden. Ich glaube, die werden jetzt genounced und immer Power-Punch haben, weil... Sonst wäre das Bingo zu einfach, wenn du mit Fuku-Pon-Bohnen bist, ihn kannst immer. Ich würde eher die BEs holen jetzt von Lothurzel, damit wir mit Lothurzel reingehen können. Was brauchen wir denn gerade nicht? Borenta. Ja, stimmt. Borenta brauchen wir gerade nicht. Weil es ist jetzt wichtig, dass wir, ähm, die Möglichkeit haben, das Bohnen-Pokémon zu killen und das ist... Ja, dann suche dir einen Bohnen-Pokémon aus. Sander. Möchtest du Sander? Ja. Oder auch den anderen. O-Möchtest du in den Mann? Ja, wir sind ja überwältig. Und jetzt haben wir den, Mann, der... Und jetzt da... ... alle Bogen ... Ich will das mit... Ja, wir sind nicht einfach rein. Ich will das Böden und dann jetzt. Das heißt, ich werde das Böden und dann auf den Böden beantworten. Und irgendwann ist das Böden und es wird gesagte... Wäre das Böden... Wenn das Ding jetzt Schaufler hat, nein, ich hab auch Schaufler, ja, genau. Auch wenn es Schaufler hat, das ist mir kein Problem. Man muss so sehen, eigentlich kann es sein, dass wir die Stratosse brauchen. Ich hab alles, was wir hier herpumpen können, wenn das Ding jetzt bucht. Nein, die haben immer Step angetacken. Powerpunch. Weil Flug. Ja, aber so können die das hier auch nicht. Deswegen glaub ich mir nur, dass das Ding den Powerpunch hatte. Okay, weil Powerpunch scheiße. Kannst du das vielleicht nur gegen Elektro-Pokémon einsetzen? Warte, wir müssen jetzt überlegen. Das anderen wird wichtig und wird Turzel. Das ist eine Turzel. Dann machen wir die zweite Reihe von... Ja, wir haben immer noch nicht nachgeguckt, was... Das brauchen wir doch gerade gar nicht. Lass doch einfach jetzt die Boden... Also, wir haben da schon unser Pokémon. Ja, aber jetzt... Lass doch jetzt einfach die Bs machen und das Fragen-Fragezeichen für später auf. Nicht mit Boden. Hä? 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 Was machst du denn? Ja, du redest die ganze Zeit. Ja, du redest die ganze Zeit. Ja, du redest die ganze Zeit. Ja, deswegen rede ich ja die ganze Zeit. Weil die dich konzentrieren sonst nur... vernünftig die Tasten zu drücken. Ja, sieh. Was weg? Was weg ist denn? Weg ist denn ein Boden? Hm. Das wäre jetzt... Der ist zu gewonnen hittet worden. Dann sind wir weg. Dann sind wir weg. Dann sind wir weg. Ne, egal. Das sind wir nicht so verkaufen. Das ist wenn wir kein Quit kommt. Aber ich glaub, hier kommt kein Quit, oder? Oh, Alter. Wow. Wow. Würdest du deinen Mund halten sollen? Weißt du das eigentlich? Jetzt müssen wir das holen. Ja. Okay. Yay. Jetzt kommst du noch mal runter. Du kommst noch mal runter. Oh. Keiner Manny-Tilo wird für den nächsten gebrauchen. Warte, wir müssen eine Reihe... Ja doch, wir müssen jetzt wieder gegen Wingster da kämpfen. Warte mal, wenn wir jetzt schon Manny-Tilo haben... Oh ja, hier wird die Tür. Haben wir drei bekommen? Ach stimmt. Ja. Wir müssen jetzt... Wir müssen die Reihe machen. Wir haben schon ein WE-Bild kommen wieder. Bitte, werd einfach nicht gekippt. Sei schneller jetzt. Ja, ich mach dir jedenfalls. Ja, eigentlich egal, oder? Ich will nur in die We-Bild zu können. Oder ich das eigentlich mal in dem zu dem Trip bekommen kann. Danke schön. Wir hätten schon vorher dich beziehen können, oder? Nein. Das Ding war ja kurzzeitig ein Prophet. Ja. Ja. Ja, hier gibt's Wahrscheinlichkeiten. Denn... Jetzt... Das ist so klar. Immer dann, wenn man's sagt. Immer dann. So, hier gibt's was. Ich halte... So... Jetzt arbeiten wir uns langsam noch rund. Mhm. Mhm. Hm. Wenn das Ding jetzt IC parkt, sind wir tot. Ja, ich hab doch noch Witz vor. Ja, wahrscheinlich nicht. Shop-Fälle. Oh mein Gott, ich hoffe, wir schaffen das. Was? Na? Weil nur eine Antacke, die nur Shop-Fälle ist. Oh nein, Shop-Fälle trifft uns an. Oh nein, Shop-Fälle trifft uns an. Das ist doch die Fähigkeit, da drunter zu treffen. Ja, wir haben wieder WE. Jetzt können wir überlegen. Was braucht... Wir brauchen... Ja, Bekannten... Warte mal, Bekannten... Wir brauchen nur Po-Rente, Marc. Ja, doch noch. Ja. Ja, stimmt. Voll krass. Äh, jo. Das coole ist, wenn Po-Rente das jetzt schafft, bei uns aussehen, ob wir erst über einen Flugverfahren oder was passiert ist. Ich glaube, das gute Fenster. Ja, Samus ist aber auch größer geworden. Meist noch, äh... Steinhandel. Haha. Steckenhandel. Powerpunch. Nur das... Ähm... Das Fokusladen, der... Erst nachdem es angegriffen wurde. Machen wir mal... Da können wir Po-Rente gleich wieder... Wie muss ich da da gehen? Ey, aber... Ich muss jetzt sagen, mit Po-Rente haben wir schon... Po-Rente. Das kommt mit Sturzflugang zum Stück. Himmelsweger. Oh mein Gott. Das ist so mächtig. Vier Schaden. Wenn das so weitergeht, werden wir verlieren. Das ist toll, wenn es jetzt normal fluggen. Und so greifen wir uns nicht mal mit dem zweiten Step sehr effektiver. Ja. Nicht mal das Geh. Nicht mal das Geh. Und so weitergeht. Aber jetzt sag wieder... Ich tue es sagen, es macht mir keinen Spaß. Das mach ich wahrscheinlich. Po-Rente. Ich würd's lieber mal mit dem Thilo gehen. Machen wir die rein und nicht auf Ferte. Äh... Es ist... Es ist... Es ist traurig. Es macht einfach gar keinen Unterschied. Ja. Warte. Du müsst... Ja stimmt. Ja. Wenn wir das jetzt fertig machen gehen, dann wieder einen Punkt. Das sind wirklich alles normale für Pokémon. Wow. Vielleicht kommt Panzer Ero. Ja, gleich kommt Panzer Ero. Ja, gleich kommt Panzer Ero. Also wird uns nicht mal jucken. Ja. Oh mein Gott. Es hat mehr Schaden gemacht. Das ist Topsy. Wer hätte damit bloß gerechnet? Ja, zieht's aber. Überleg mal. Das macht uns jetzt viel schneller fertig gewiss. Ja, wir wollen... Ja, es ist super. Ja, den meisten. Ja, den meisten ist... Du hast geringer, das? Ja. Den meisten haben wir noch gemacht. Jawohl. Ja, da sind wir hier. Ich muss aber jetzt noch auf die raum. So dass wir uns nicht kümmern. Doch, ich muss den Rest. Ja, das ist was ersterbte. Ja, das ist toll. Schnellen auch den Verteidigungen der Worte nicht mehr oder schalten da ist auch die Schwestern ist ein ich bin wohl die es wird stattfinden Monster Spezial das Ding hat schon von uns so wie ich ihn GG's Gamefighter Er ist nicht dünn wie ein wenn ich Tosca habe das Fossil kommt Da hätten wir den Powerpunch gebraucht Gib einfach für Notfälle nur Turzelle Na ich glaube ja Dann wäre es ein neutraler Kampf Gigasauger gegen Gigasauger Obwohl Obwohl es schon fast Magnetino gibt Weil Magnetino uns einfach so gute Dinge erheißen Der Stahltyp ist praktisch Warte mal Wir können dir jetzt begeben Ja stimmt So falls es doch jetzt ein Ligip sein sollte Was Borenta nicht schaffen soll Vielleicht nicht schaffen Weil so wie Antikraft kann Ja gut Wir fangen zu viel Schuss gegen diese Wir fangen an Oh Mann Das Ding hat nur Wurfe Ja Na Wurfe Wurfe Ach schade das heißt, ich bin mit neuen Sträden durch, über neun mal. Und damit hätten wir das auch geschafft, hab ich die erste Mal geschafft. Ja, weil ich da bald eine Ruf war. Das ist einfach diese Glückssträde, die von deinen Haaren rauskommt, die ist so riesig lang. So alle so kurzhaft, so mit einer riesigen Sträde. Ja, nein, ich hab nur ein langes Maß. Alles glatt zu sein. Herzlichen Glückwunsch. Einmal wenn das 10er-Begung bis volle Kasse zu tun. 442 Betrug. Bitte nimm diesen Preis. Zwei Etats hat das Gefühl, dass wir immer Etatschen haben. Gibt es jetzt neue Etatschen? Das ist egal, 500 Künstler. Oh, oh, das war einfach nichts, kommt normal. Das sind drei wahrscheinlich, kommt nochmal schwer dazu. Ja, das steht man übernächsten Tag, geht in die andere. Oh, wir kriegen sogar 500 Gold, äh 500 Pokédeutsch. Okay. Das war's auch von diesem Part. Wir sehen uns im nächsten Part, bis dahin. Tschau. Tschüss. Tschau. Tschau.